In diesem Video wollen wir uns mit wirklich fies klingelnden Foltermethoden aus der Geschichte der Menschheit beschäftigen. Wer also sehr zart beseitet ist, sollte an der Stelle vielleicht lieber ausmachen. Für alle anderen geht es nun direkt los. Ich will daraus auch kein Ranking-Video machen, sondern einfach mal die kranke Kreativität der Machthaber vorstellen. Doch zunächst wollen wir erstmal klären, was Folter eigentlich ist und seit wann, wie und warum sie praktiziert wurde. Oder wird? Das Wort Folter kommt von dem lateinischen Wort poledrus, was so viel bedeutet wie folen, eine Bezeichnung für ein Pferde-ähnliches Foltergerät. Eine grobe Definition von Folter besagt, dass es das gezielte Zufügen von physischem oder psychischem Leid ist. Daraus kann man schon erlesen, dass es nicht nur um körperliche Schmerzen geht, die allerdings bei vielen Methoden unvorstellbar gewesen sein müssen, sondern auch um alles, was psychischer Natur ist. Hiermit ist vor allem Vernachlässigung, Ängste auslösen und massive Erniedrigung gemeint. Diese Art der Folter nennt man auch weiße Folter. Doch warum werden Menschen eigentlich gefoltert? Meist ist die Folter nicht die eigentliche Strafe an sich, sondern Folterungen wurden immer dann eingesetzt, wenn es ein Ermittlungsverfahren wegen einer Strafsache gab und man ein Geständnis oder eine Aussage bzw. Information erzwingen wollte. Ihren Ursprung haben Folterungen bereits in der Antike. Hier wurden sie zunächst jedoch nur an Sklaven angewandt, später jedoch auch an Bürgern. Ihren Höhepunkt fand sie jedoch im Mittelalter, denn im Mittelalter wurden Menschen nur strafrechtlich verurteilt, wenn es entweder zwei Augenzeugen für eine Tat gab oder wenn ein Geständnis vorlag. Und deshalb mussten diese Geständnisse eben erzwungen werden. Dies war auch gängige Praxis und gesellschaftlich anerkannt, denn es war eben ein notwendiges Mittel, um die Wahrheit zu erfahren. Auch der Glaube an Gott ließ die Menschen denken, dass sie diese Qualen schon mit Gottes Beistand überstehen werden, wenn sie unschuldig sind. Gesetzlich geregelt war dies alles natürlich nicht, weshalb man nahezu willkürlich darüber entscheiden konnte, wer denn gefoltert werden solle. Die sieht man ja zum Beispiel auch genügend bei den Hexenverfolgungen, auf die wir heute aber gar nicht so genau eingehen wollen. Stattdessen wollen wir uns anschauen, was es neben Scheiterhaufen und ähnlichem noch so alles gab. Viele der Methoden sind durch Überlieferungen weitervermittelt worden. Und lasst euch gesagt sein, im Bereich der Foltermethoden und Instrumente waren die damaligen Menschen äußerst kreativ. Was muss mit einem Menschen nicht stimmen, um sich solche kranken Sachen auszudenken? Zunächst gab es diverse Instrumente, die zur Durchführung einer Folterung genutzt werden konnten. Diese waren meist aus Metall und für so ziemlich jeden Anwendungsbereich gab es ein leicht abgewandelt aussehendes Instrument. Häufig wurden damit verschiedene Körperregionen maltretiert. Für die Frauen gab es zum Beispiel den sogenannten Brustaufreißer, ein Instrument, was heiß oder kalt genutzt werden konnte. Das metallische Instrument hatte vorn scharfe Spitzen, mit denen in die Haut um die Brust eingehakt wurde. Dann zog man daran oder riss daran. Die Frauen verloren dadurch natürlich immens viel Blut und manchmal sogar ihre gesamte Brust. Denn es war möglich, dass man mit diesem Gerät Fleischstücke herausriss oder gar die ganze Brust entfernte. Die Frauen blieben verstümmelt zurück. Doch auch die Männer kamen dabei nicht zu kurz. Für sie gab es nämlich ein ähnliches Pendant, nur dass dieses nicht an der Brust angesetzt wurde, sondern an Glied und Hoden. Die Methode blieb aber dieselbe, genau wie bei Zungen und ähnlichen Körperteilen. Auch eine gewisse Affinität für Spitzen und Spieße schien in dieser Zeit ausgeprägt gewesen zu sein. Diverse, teilweise aufwendig hergestellte Geräte wurden extra für diesen Zweck angefertigt. Als Beispiel ist hier die eiserne Jungfrau zu nennen, die man sich wie folgt vorstellen muss. Die eiserne Jungfrau ist aufgebaut wie ein Frauenkörper, zumindest hatte er häufig diese Form. Der innen hohl ist, denn es soll ja ein Mensch hineinkönnen. Der Hohlkörper ist dabei entweder aus Metall oder Holz gewesen. Nach innen ragten Nägel, Dornen und andere Spieße. Der zu folternde stellte sich also nun in dieses Gerät, welches geöffnet und geschlossen werden, aber auch enger geschlossen werden konnte. Der Verdächtige wurde also von den Spießen innen gepiekst, was schon nicht sehr angenehm gewesen sein muss, denn allzu viel Platz war in so einem Gerät nicht. Legte er jedoch kein Geständnis ab, wurde die eiserne Jungfrau immer enger geschlossen, sodass ihm noch weniger Platz blieb. Unwillkürlich bohrten sich die Nägel immer weiter in die Haut, was unerträglich geschmerzt haben muss. Diese Methode konnte so weit getrieben werden, dass die Menschen, die da hinein mussten, damit auch getötet werden konnten, indem die Spieße den Eingesperrten schließlich durchstachen. Ein ähnliches Grundprinzip hatte auch der Judasstuhl, ein Stuhl, der über und über mit Spitzen versehen war. Darauf konnten die Menschen gesetzt und mit Riemen angeschnallt werden. Bequem war dies sicher nicht. Doch obendrauf kam noch, dass man den Stuhl zumindest mancherorts auch noch erhitzen konnte, um die Qualen zu erhöhen. Oft wurde diese Prozedur auch vor Publikum durchgeführt, welches dadurch Angst bekommen sollte. Das Sitzen auf extra dafür gespitzten Foltergeräten war ebenfalls eine gängige Methode. Die sogenannte Judaswiege war beispielsweise eine Art Stuhl, dessen Form pyramidenförmig spitz nach oben zulief. Auf die Spitze dieser hölzernen Pyramide mussten sich die Verdächtigen draufsetzen, und zwar direkt mit dem After, der dadurch gespreizt werden sollte. Der After riss dadurch auf. Durch eine Seilwinde konnte das Folteropfer jedoch immer wieder nach oben gezogen oder wieder herabgelassen werden, sodass sich diese Prozedur sehr lange hinziehen konnte. Eines ähnlichen Prinzips bediente sich der spanische Esel, auch der spanische Bock genannt. Dies ist eines der neueren Foltergeräte. Er sah aus wie eine Holzbank, die ebenfalls spitz nach oben zulief und oben so eine scharfe Kante erzeugte. Manchmal war es auch noch mit Metallspitzen versehen. Die Gefolterten mussten sich mit gespreizten Beinen auf diesen Bock setzen und wurden gefesselt. Die Füße berührten dabei nicht den Boden, sodass das Verfahren zwischen den Beinen extreme Schmerzen hervorrief, da das gesamte Körpergewicht darauf lastete. Wollte man diese Schmerzen noch verstärken, wurden an den Füßen zusätzliche Gewichte angebracht, die den Körper weiter nach unten ziehen sollten. Bestimmt ist so ziemlich allen die sogenannte Streckbank bekannt. Denn auch für das Strecken und Quetschen bestimmter Körperregionen oder gleich des gesamten Körpers gab es zahlreiche Gerätschaften. Die Streckbank, auf der die Menschen oben und unten gefesselt wurden und durch verschiedene Stellschrauben auseinandergezogen wurden, ist nur eine von vielen. Ein ähnliches Ding ist beispielsweise der sogenannte Rahmen, an dem die Menschen ebenfalls oben und unten mit Seilen an einem Rad befestigt wurden. Die Folterer drehten schließlich an den Rädern, wodurch der Körper ebenfalls auseinandergezogen wurde. Dies konnte so weit gehen, dass Gliedmaßen regelrecht abgerissen wurden. Doch auch einzelne Körperstellen wurden gern auf diese Art bearbeitet. Die Daumenschraube, bei der Finger und Zehen eingelegt wurden und dann langsam Stück für Stück zerquetscht wurden, ist vielen bereits geläufig. Ein wenig unbekannter ist die Kopfpresse. Dabei legte man den Kopf des Angeklagten in eine Schraubzwinge und schraubte dieser immer weiter herunter. Dadurch entstand ein immenser Druck auf dem Schädel, der für ein Geständnis sorgen sollte. Passierte dies nicht, konnte die Kopfpresse so weit heruntergeschraubt werden, bis der Schädel brach. Da sieht man auch wieder, wie fair diese Folterungen zugingen. Noch ein bisschen unbekannter, die Mundbirne, auch Spreizbirne genannt. Diese war ein birnenförmiges Ding aus Metall, an der es eine Winde zum Öffnen und Schließen gab. Man steckte sie dem Angeklagten also in den Mund und schraubte sie einfach auseinander. Dies verursachte enorme Schmerzen im Mund- und Kieferbereich und konnte schließlich dafür sorgen, dass die Kieferknochen brachen. Ihr seht also, man war erfinderisch genug, um auch einzelne Körperpartien auf diese Art zu maltretieren. Nun möchte ich noch zu ein paar ausgewählteren, einfallsreicheren Methoden der Folter kommen. Hierfür habe ich zunächst die Rattenfolterung ausgewählt. Für viele Menschen wäre es schon schlimm genug, in einem Raum mit einer Ratte verharren zu müssen, doch damit nicht genug. Hier wurde der Körper des Verdächtigen auf ein Brett oder einen Tisch geschnallt, sodass dieser nicht weg konnte. Anschließend bekam er einen Käfig auf den Bauch platziert, der ebenfalls an Ort und Stelle blieb. In den Käfig kamen die Ratten. Irgendwo um den Käfig herum, manchmal an der Seite, manchmal auf dem Käfig, wurde ein Feuer angezündet, das die Ratten panisch werden ließ. Sie wollten in Todesangst vor dem Feuer fliehen und fingen an zu kratzen und zu nagen. Doch wohin konnten sie sich nur durchbeißen? Richtig, durch den Bauch des Folteropfers. Und genau das taten sie auch. Vorstellen möchte ich euch außerdem den Sizilianischen Bullen. Ein besonders beeindruckendes Foltergerät, das jedoch ziemlich simpel zu erklären ist. Seine Entstehungsgeschichte reicht in das antike Griechenland. Der Bulle wurde aus Bronze gefertigt und war innenhohl. Am Bauch besaß er eine Eingangsöffnung, durch die die Menschen in ihm eingesperrt wurden. Unter dem Bronzebullen wurde ein Feuer entzündet, wodurch sich das Metall stark erhitzte. Der Mensch im Innern wurde dadurch regelrecht geröstet. Die Schmerzen kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Logischerweise haben die Menschen deshalb geschrien. Vor Schmerzen, aber auch aus Todesangst und um Hilfe. Aus dem Inneren heraus sollen diese Schreie sich angehört haben wie die Schreie eines Bullen. Angeblich ausgelöst durch ein spezielles Luftgängesystem. Dies führte unter anderem aber zu der Form des Gerätes. Auch besonders fies, der Trog. Hierbei wurden die Verurteilten in einen Holztrog gesteckt. Nur ihr Kopf schaute noch heraus. Dann wurde das Gesicht mit Milch und Honig bestrichen, was natürlich sofort Fliegen und andere Insekten herbeirief, die ihre Eier in den Augen und in der Nase ablegten. Doch damit nicht genug. Die Menschen im Trog wurden zusätzlich noch regelmäßig gefüttert, sodass diese irgendwann auch den Drang zum Wiederausscheiden hatten und diesen nicht mehr unterdrücken konnten. So schwammen sie bald in ihren eigenen Exkrementen. Doch auch die Insekten schlüpften irgendwann, sodass die Menschen im Trog schließlich von Maden und Würmern zerfressen wurden. Wie lang diese Prozedur wohl gedauert hat? Doch manche Foltermethoden wurden auch gezielt eingesetzt, um den Angeklagten unter möglichst qualvollen Umständen zu Tode kommen zu lassen. Sogenannte Hinrichtungsmethoden. Hierbei möchte ich auf drei eingehen. Die Säge, das Fehlen und das Vierteln. Die Säge ist dabei kurz zu erklären und klingt dennoch so unglaublich grausam. Der Körper wurde dabei kopfüber aufgehangen und das Blut in den Kopf laufen lassen. Dann wurde der Körper mit einer Säge durchgeschnitten, bis man zwei Hälften hatte. Ganz ehrlich, wie konnten die Leute, die die Säge bedienen mussten, diesen Anblick aushalten und dann immer noch weitermachen? Auch das Fehlen klingt nicht weniger grausam. Ein Pfahl, der bewusst nicht angespitzt war, wurde in den Anus des Todesopfers eingeführt und danach senkrecht aufgestellt. Durch ihr eigenes Körpergewicht rutschten die Körper immer tiefer auf den Pfahl drauf. Jedoch wurden sie dadurch nicht sofort getötet, denn dadurch, dass der Pfahl nicht angespitzt war, beschädigte er die lebensnotwendigen Organe nicht so schnell. Bis der Tod eintritt konnten manchmal Tage vergehen. Das Vierteln war die Strafe für Hochverrat im Mittelalter. Diese Todesstrafe wurde öffentlich praktiziert, das heißt die Todeskandidaten wurden auf den Richtplatz gebracht und zunächst aufgehangen, bis sie fast tot waren. Sie wurden kastriert und die Geschlechtsteile öffentlich verbrannt. Der zuviertelnde wurde an vier Seile gebunden, jeweils ein Seil an jedem Arm sowie jedem Bein. Das andere Ende des Seils wurde um ein Pferd gelegt. Die Pferde wurden letztendlich zum Losrennen in unterschiedliche Richtungen animiert, wodurch der Körper in vier Teile gerissen wurde. Zum Schluss wurde der Kopf noch abgehackt. Zum Abschluss des Videos möchte ich noch kurz auf die weiße Folter eingehen. Wir haben jetzt sehr viele Foltermethoden kennengelernt, die wahnsinnige physische Schmerzen bereiten. Doch was ist mit den psychischen Methoden? Hierbei geht es vor allem um so etwas wie Schlafentzug und Reizentzug. Insbesondere die Kamera Silenz ist dabei erwähnenswert. Kamera Silenz ist Latein und bedeutet so viel wie schweigender Raum. Es geht dabei also um einen vollständig dunklen und schallisolierten Raum. Dies führte bei den Personen, die sich lange darin aufhalten mussten, zu Halluzinationen und anderen Störungen. Diese Art der Folterung hinterlässt keine sichtbaren Spuren. Und selbst wenn man es jetzt so hört, kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, wie qualvoll dieser Reizentzug für den Menschen auf Dauer ist. Und doch hinterlässt es Spuren im Geist der Menschen. Emotionale Instabilität, Desorientierung, Konzentrationsschwierigkeiten, Sprachdefizite, schlechtes Erinnerungsvermögen und Gedankenflucht sind nur einige wenige Nebenwirkungen dieser Foltermethode. Die weiße Folter ist auch heutzutage noch weltweit vertreten. Beispielsweise zählt auch die Isolationshaft in Gefängnissen dazu. Doch keine Sorge, so fies das jetzt alles auch klingen mag. Unsere Chancen, so etwas glücklicherweise nie erleben zu müssen, stehen relativ gut. Im Recht der BRD, so wie dem in vieler anderer Länder der Welt, ist die Folter zum Beispiel ausdrücklich verboten und Geständnisse, die heutzutage unter solchen Bedingungen entstanden sind, sind eh nichts mehr wert und dürfen nicht verwendet werden. Trotzdem ist die Vorstellung, dass es sowas in unserer aller Geschichte einmal gegeben hat, irgendwie bedrückend und gruselig. Zumal das alles auch noch gar nicht so lange her ist. Wer Nachbauten und Exponate solcher Folterinstrumente mal real sehen möchte, dem kann ich nur die beiden Foltermuseen in Tscheschki-Krumlov und Amsterdam empfehlen. Das sind zumindest die beiden, die ich bereits besucht habe und die ich beide sehr gut fand. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst es mich gern wissen, da es zu diesem Thema noch eine Menge mehr zu sagen geben würde und man daraus sicherlich nochmal einen zweiten Teil stricken könnte. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Video wieder und ich sage bis dahin! Schöpfe